So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal. Star Child, hallo! Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast, wenn du dich fragst. Hä, wieso hat denn der zwei Kanäle? Was ist denn hier los? Ja, Star Child, das ist so meine kleine Herzensangelegenheit, weil es hier halt auch um dich geht. Was kannst du für dich tun? Was ist für dich wichtig und was ist für dich richtig? Deswegen bin ich hier auf zwei Kanälen unterwegs. Natürlich parallel zum Star Child Kanal, wo es natürlich rund um die Liebe alles gibt. Aber für eine Tagesenergie und Tagesquick jetzt für morgen, für den Donnerstag geht es natürlich auch um die Liebe. Aber natürlich auch um Themen wie, was gibt es denn allgemein Schönes zu sehen für morgen? Was ist in der Liebe los? Was ist ganz besonders wichtig für dich? Schauen wir uns an. Und dann schauen wir natürlich auch mal eine Botschaft aus der geistigen Welt an. Und wir ziehen eine Karte aus dem wunderschönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Karten-Deck. Ja, das machen wir. Genau, da wollen wir auf jeden Fall auch mal schauen, was denn da so los ist. Dafür gehe ich einfach mal in die Ecke rein. Aktuell läuft ja das Gewinnspiel. Wenn du so einen schönen Kartenhalter gewinnen möchtest mit Schnitzerei, Bemalung und Teelichthalterung, dann kommentieren, abonnieren, Glocke drücken, Video liken. Dann bist du schon im Lostopf drin. Mehr musst du gar nicht machen. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass das was wird, dass da, ja, auf jeden Fall du vielleicht der oder die Gewinnerin bist. Aber bis es soweit ist, vielleicht ziehen wir den Gewinner dann morgen. Das mache ich immer ad hoc. Schauen wir mal, wer das gewinnt. Und ich will mal schauen mit euch, was sind denn da für Energien zu sehen. Also, ich bin schon mal sehr, sehr gespannt. Ich will nur noch ein bisschen Ordnung machen auf meinem ganzen Tisch. So, Moment, bin gleich wieder da. So, Akku ist ja natürlich auch nicht schlecht, wenn man mal einfrischend reintut, ne? Also, wir wollen anfangen. Wir schauen mal rein, was gibt es denn da so Schönes in der allgemeinen Energie zu sehen. Also, wir wollen mal die Karten mischen und wollen auch mal reinmachen. Luki, Luki, Luki und schauen in die all... Oh, da fallen ja auch gleich drei Karten. Wir wollen die auch nehmen, dann wollen sie scheinbar auch raus. So, als erstes haben wir hier, ja, die Routen. So, was ist denn das jetzt hier schon wieder für die allgemeine Energie? Die Routen, ja, da geht es um, ja, Diskussionsstreit, Zweifel, Selbstzweifel, innerer Konflikt eben dann auch, ne? Wo du vielleicht dann, ja, am Donnerstag auch mal schauen darfst, ja, wo bist du denn vielleicht mit dir nicht so ganz im Reinen, ne? Wo geht es lang, wo geht es hin für dich? Bist du auf dem richtigen Weg? Fühlt sich das alles gut an, was du gerade tust? Mit deinen Mitmenschen, Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen, soziales Umfeld, bei dem, was du so tust? Also, du darfst auch mal bei dir kehren, rauskehren sozusagen, ne? Also, du darfst auch mal sagen, okay, das eine oder andere fühlt sich jetzt für mich nicht gut an, das muss weg. Und dann haben wir nämlich hier auch noch dich, ja, das bist du und du schaust auch da drauf, ja? Also, das sind schöne Energien, wo du mal deine Innereien anschauen darfst, deine gedanklichen, emotionalen Innereien, ja? Um in der Sprache eines Metzgers zu bleiben, darfst du am Donnerstag mal auf dich schauen, mal in dich hineinschauen. Was ist denn da so Schönes zu sehen bei dir? Was fühlt sich nicht so gut an, ne? Die Last, die sitzt meistens auf den Schultern, wenn du sagst, ach, irgendwie, na, verspannt, die Angst, die sitzt in der Brust, ne? Da merkst du, da ist was drin, die Wut, die ist im Bauch. Also, du darfst auch mal gerne in dich hineinschauen, ja? Du darfst auch gerne mal ein Kapitel in dir aufschlagen und sagen, okay, da darf ich jetzt mal reinschauen, das darf ich jetzt mal anschauen, ne? Hier ist auch noch mal der Turm dazu gefallen, das ist auch was, wo man mal, ja, vielleicht in sich geht, ich kann ihn gerne noch mal mit rauslegen. Jetzt sind es halt vier, macht gar nichts und da geht es natürlich am Donnerstag ganz stark darum, dass du mal in dir drin sauber machen darfst. Wir machen sauber innen drin, wir kehren mal raus, ne? Also, auch nicht schlecht. Okay, kann immer nicht schaden, weil ich zum Beispiel, ich schaue auch immer ganz oft in mich hinein. Trage ich was mit mir rum, mache ich unbewusst irgendwas weg, was da sein will, muss ich vielleicht was anschauen in mir, ne? Also, auch ganz, ganz wichtige Themen. Von daher ist das nicht so schlecht, das mal zu tun. Und wir schauen natürlich jetzt mal, was ist los bei der Liebe. Okay, die Liebe, Liebe, da hast du schon mal einen Vogel, ne? Das heißt, das sind die Störche, die stehen ja für eine positive Veränderung, für einen Umbruch, für eine Wandlung, für Leichtigkeit, ne? Also ganz, ganz tolle Karten an der Stelle, wo ich sage, in der Liebe schaut es mir schon so ein bisschen nach einem Umbruch, einer Wandlung und nach Leichtigkeit aus. Na, von daher haben wir schon mal einen schönen Hinweis, dass ich in der Liebe vielleicht etwas in Richtung Leichtigkeit tut. Aber da schauen wir mal weiter. Oh, Umbruch, Wandlung, Leichtigkeit in Bezug auf ein kleines Glück, was du vielleicht hast in Bezug auf deinen Liebsten, deine Liebste, deinen Wunschpartner. Na, wenn du gerade sagst, ach, also könnte eigentlich alles besser gehen, könnte schöner sein, könnte besser sein, könnte größeres Glück sein. Da gibt es einen Umbruch, da gibt es eine Wandlung hin zu einer positiven Veränderung. Das ist schön, weil die Karte, die jetzt hier noch gefallen ist, ja, das ist der Baum. Das ist schön, weil der Baum, stabiles Wachstum, Stabilität, Bindung, ja, der Lebensweg, also ganz, ganz tolle Energien am Donnerstag in der Liebe, dass du sagst, okay, ich kann vielleicht auch aktiv eine positive Veränderung vorantreiben, dass es bei mir und in der Liebe etwas vorwärts geht. Na, also das sind schöne Sachen, das sind schöne Energien in der Liebe, passt also. Allgemein darfst du auch mal in dich hineinschauen, kannst du sagen, Dinge, die mich nicht weiterbringen, die mich hemmen und bremsen, bei denen ich nicht weiterkomme oder die mich einfach nur nerven, die darf ich jetzt abgeben. Ich war vielleicht viel zu lang schon an einem Thema dran, an einem Menschen, ja, und das ist für mich was, wo ich sage, ich komme da nicht voran, dann darf ich es auch abgeben, weil das Schicksal hat wahrscheinlich auch noch viele schöne andere Momente für mich bereit, die ich ja auch erleben möchte. Ich möchte nicht nur mit meinem Kopf bei Dingen sein, die schwer sind, weil du bist nicht am Leben, um dich voranzukämpfen überall, sondern du bist am Leben, um zu schauen, okay, wo möchte ich hin, ist das leicht für mich, dann kann ich diesen Weg gehen oder ist das schwer und komme ich da nicht so wirklich voran und belastet mich das, dann gibst doch ab, weg, weg damit. Wir suchen uns immer Ziele, wo man sagt, okay, da bin ich in meiner Leichtigkeit drin. Also, wir wollen mal weiterschauen, was ist denn am Wochenende ganz besonders richtig, am Wochenende, ich bin schon wieder im Wochenende, merkt ihr das, am Donnerstag, richtig und wichtig für dich und, ja, da haben wir einen Anker, das ist schön, Stabilität, Halt, Festigkeit, Sicherheit, der Anker, das ist eine Bank, das ist was Festes, das ist was Stabiles, ja, und wenn ich hier ganz persönlich für dich reinfrage, geht es auch darum zu sagen, okay, wo bist du in deinem Halt, wo bist du in deiner Stabilität, wo bist du in deiner eigenen Festigkeit und da knüpfe dran an, dann bleib da und geh deinen Weg weiter und was wäre eine Legung ohne unsere Lilien? Ja, keine, na, da sind sie schon wieder. Sechssinnlichkeit, Romantik, ja, inneres Gleichgewicht auch, also für dich ganz, ganz wichtig. Hier ist das Haus gleich noch dazugefallen, das ist Stabilität, das ist eine Basis, das ist ein Fundament, das ist das innere Gleichgewicht, das ist die Sicherheit, der Halt im Leben, dass es morgen ganz, ganz tolle Energien für dich sind, wo du sagst, was auch immer da in mir vorgeht, ich bin stabil genug und ich bin in meinem inneren Gleichgewicht genug, damit ich das, dass ich das abgeben kann, ohne dass ich dem eine Träne nachweine, weil es mich nicht weiterbringt. Es hemmt mich, es bremst mich, es hindert mich am Vorankommen im Leben, ich gebe jetzt was ab, damit ich in meiner eigenen Stabilität bin. Also auch hier schöne Energien und natürlich, ja, was wollen wir denn jetzt noch wissen? Wir wollen jetzt noch wissen, was ist denn hier, was sagt denn da die große Welt, die geistige Welt dazu? Die Sonne, die geistige Welt sagt, es darf am Donnerstag auch um dein großes Glück gehen, um Erfüllung, um Freude, um Wärme, dass du sagst, ich fühle mich gut und nicht, ich fühle mich gut wegen dem oder wegen der oder wegen diesem Thema, sondern dass du das für dich erschaffen hast, indem du hier in deiner eigenen Mitte bist. Das ist aber sowas von stabil. Ja, dann schauen wir mal weiter, was wir noch für Karten kriegen. Ja, ich sage ja gerade, der Hund, natürlich die Loyalität auch zu sich selber, dass du dir selber treu bist und sagst, ich bin auf einem Weg, für den ich mich entschieden habe. Ich habe für mich selbst ganz alleine die Entscheidung getroffen, jetzt diesen oder diesen Weg zu gehen, dieses Ziel anzuvisieren oder nicht. Und den gehe ich jetzt auch, weil das Ziel fühlt sich leicht an, dieses Ziel fühlt sich gut an. Ja, und es darf auch etwas gehen, weil die Mäuse, das ist die Karte dafür, dass etwas weniger wird, dass etwas verschwindet. Ja, wir haben ja hier schon gesehen, ich nehme die Mäuse natürlich jetzt für das ganze Thema wahr hier. Du darfst etwas gehen lassen. Diese Routen, dieser Turm, du darfst mal in dich gehen, du darfst mal für dich selbst innerlich sauber machen, darfst sagen, okay, was darf gehen, was hindert und hemmt und bremst mich an der Stelle und was ist für mich ein guter Weg. Na, hier sind die Lilien noch gefallen, das innere Gleichgewicht, natürlich die Lilien, klar, was sonst. Aber das heißt ja auch, du darfst mal schauen, was nagt an dir, was nagt an deiner Stabilität, an deinem großen Glück. Ist da noch was da, dann tu es gar weg, weil dir selber treu bleiben, für dein großes Glück. Da musst du auch immer mal wieder schauen, was hemmt und bremst und was nagt denn an mir so. Also, das ist eine schöne Legung. Wir wollen aber selbstverständlich jetzt noch schauen, welches Eulchen bekommen wir denn noch aus dem Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Karten-Deck. So, dann schauen wir uns die auch noch an. Wenn sich ein Problem nicht lösen lässt, schreibe es auf die Liste Gottes. Das funktioniert, sofern du bereit bist, die Kontrolle abzugeben. Siehste, dann wollen wir mal schauen, ob wir für morgen oder morgen etwas finden, was wir auf die Liste Gottes schreiben können. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir auch in der Lage sind, die Kontrolle über gewisse Dinge abzugeben, wo wir sagen, ich habe da gar keine Kontrolle. Ich komme da nicht weiter, ich gebe das jetzt ab. Ich drücke die Daumen, habe euch alle lieb, schicke dir ganz viel Licht und Liebe, bleib gesund, seid lieb zueinander. Und wir hören uns ja dann beim nächsten Video. Ciao.